ja hier liegen Klamotten rum und jetzt schon kann ich den Helm mal an, hab ich mal dabei einmal wurde ich in wasser abgeworfen guck hier an der Stellunggefell und wohin fliegen wir jetzt? überwacht ich glaube Nummer 4 kann ich reden immer müssen wir bestimmt in die Zone hat da hinten schon zwei Autos? ja Autos sind nicht als Problem ja jetzt hab ich Glück da braucht die Hilfe also da ist die Waffe hier ist jemand bei mir ja ich bin ich bin ich bin schon heilen also du bist das ja ja ich höre Stepp ja ich auch Schüsse ey hoffentlich finde ich eine bessere Waffe das ist doch nicht die die ich dachte Leute ich dachte ey ich dachte das wäre jemand von euch war aber Gegner ja hier unten ich höre die mal ja komm ins Haus reingekrollt er wusste hier sind welche der will waschen der ist um Haus andere Richtung wo wo ja ja da ja ja da ja ja da da ja da ja da 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 lana black da da stand kein boot war ich habe keins gesehen und mich lässt reisen ίν auto wir waren mit dem auto so eine maschine v8 leder kompressor die rupen sind ja natürlich aber cabrio ja er hat ja auch hier unten da kann er mit dem auto ich glaube der muster auf kardin oder so ja man ich fühle mich so was von op mit zwei m16 und zwei redbox drauf ich fühle mich sehr du musst von da unten ein auto nehmen immer wenn ich zocken gehen muss werde ich immer jonge nein nein Nein! Ah! Boah! Ja, was ist das? Ja, ne! Hahaha! Aber vielleicht finde ich jetzt was anderes noch für 1916. Überlebende reden nicht. Tode reden. Überlebende schweigen. Hahaha! Ach, wir haben gerade einen Abflug gemacht. Hey, wo seid ihr? Ah, jetzt. Das Motorrad. Ich habe gesagt, du hast ein Auto nehmen. Wow, alles klar. Sag mir lieber mal was, wenn du was findest. Ja, ich muss nicht. Wie lange du aufgabest. Hätte man trotzdem warten können. Äh, nein. Hat man die Zone geguckt? Ja. Das, wenn guck ich nach einem Auto. Da hat man gesagt, da stehen Autos. Ja, aber das eine steht hier jetzt und das andere war da nicht. Ja. Ja, dann soll ich mir was sagen. Warte denn. Ich hab auch noch M16. Super, humble. Ja, halbbewusste ich hab 2 Stück damit. Ja, möchtest du einen abhaben? Ich hab ja einen. Komm, wir tauschen. M16 gegen M16 Guck mal, der hat auch eins Yeah Solange er jetzt nicht so einen Fehler macht wie ich Ja Solange er jetzt nicht auch die Brücke runterjumpt Alter, ist das eine Zone Ist das nicht wunderbar Kannst ja mal durchfahren Ja, kannst jetzt erstmal Tadadadadam Ach ja Meiner Warte Hat jemand Tank oder so? Nö Tad's perfect Wow Junge Junge Genick gebrochen Physik läuft Physik läuft Leider kann man hier keine Musik machen Was? Hast du gemerkt? Aber wo hat er drauf geschaffen? Ach, jetzt hat er auch noch einen Sprit leer Oh weh, Marie Einmal mit Profis Einmal mit Was für Dinger? Polofis Achso, Polofis Sind das nicht die teilen, die mich im Winter warm halten? Ja Heute ist nicht unser Tag Nop Wenn ich überlege, ich laufe nur mit einer M16 oder Pistol rum Er hat gesagt, er hat es von Minna M16 Und einen Dämpfer Mp habe ich eingesteckt Wow Da eine M16 reicht mir Ja Ja Da hättest du aber früher eine gehabt Das Motorrad, ok Ja, zwei Sitzer Weißer Hier unten ist nix, aber ein Motorrad Kennst du das, oder? Wir haben die wieder einen Praktikanten dran gelassen Meinsen Such dir mal aus, wo die Sachen stehen sollen Ja Irgendwie tut mir langsam ein kleiner Finger vom Sprint Ne Hey, ihr werdet beschossen Oh, ah, Mann Ich schlauche jetzt erstmal in die Zone und dann Booste ich mich mal fix Na du Ich schlauche jetzt auch nicht, wo das jetzt auch noch gibt nichts geiles wie Bombs Hat jemand die orangen Munition? Äh, du meinst sieben Sechser? Oder meinst du neun Millimeter? Neun Millimeter Äh, ja, ich habe die Branche leider selber Stimmt ja, du hast deine Pist gekriegt Obwohl, warte, ne, boah Ja, aber ich kann Ich kann dir die Hälfte drum Ja, ich kann dir die Hälfte drum Ja, ich kann dir die Hälfte drum Oh, oh, Silvester Silvester Ah, ah, ich habe so eine Küche, dass ich getroffen werde Und das fehlt jetzt noch Kommt gleich noch ein, äh, Dream Sniper Weste, Rookie, Weste Nix Pumper Ich habe jetzt erst ne 1er Westel Ja, Loll Ja, Westen liegen hier rum wie Wie Sand Wow Auto Immer diese Autos Erster Praktisch Haben wir eins Und wo ist der Typ hin? Ah, hier hinten Die läuft da Wow, von der Seite Gesehen Hä? Wo? Hä, wo ist denn jetzt schon wieder hin? Ah, sie Hinter mir, finished Wirklich? Loll Erbart ganze Zeit Was für ein Penner Er hat sich gelegt Daniel, ich habe nur einen P dabei Ich habe auch nur einen P mit Schalldämpfer Er leckt Wie hat der euch geholt? Ja, er hat gelegt Wurde man gar nichts machen Guck, er leckt Er leckt, der war wie ein Sau Ah, der hat auch schöne Sachen dabei Ja, von uns Naja Bei mir muss noch ein P sein mit Schalldämpfer Und 2er Scope Echt, du hast einen Scope Ja Ich nicht Schön mit Red dort Aber der hat ja netterweise das Auto stehen lassen Du musst eh in der Zone Du bist ja voll equipt, oder? Die Zone kommt Ja Was machst du dann? Los, jetzt hol den Wind Nur noch Nur noch 20 Gegner Schaffst du Aber nicht so Die Physik läuft Noch ein Auto Mach Schub Müssten rechts von dir sein Das andere rechts Geh in die Kirsche Ich sehe den 160 A2 Gegner Loll Ja Wir haben die dich getroffen Ich frage mich gerade auch Einer links im Bus Und einer rechts Läuft jetzt links rüber Deine Deine Fühlt sich gleich Puschen Geh ich von aus So wie der sich bewegt Beide hinterm Sand Wollen die gleich Eine andere Map Jo Sag ich doch Puschen dich Ah da Hab ich so Lägen die du Dings Von dir Ja Zu spät Alter Zu spät Ey die lägen Immer so Ja Das sind die Asiaten Die auf den EU Server spielen Komm Naja Wir haben ja Nichts gegen die In der Hand